Es war ein langer Weg bis hierhin. Manchmal scheint es schon hart, morgens aufstehen zu müssen, wenn man dann um 37 zur Schule muss oder so. Aber ich denke, man macht das alles, um halt dieses Ziel Fußballprofi zu erreichen. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann macht man das eigentlich ja auch gerne. Bis zum nächsten Mal. Klar, irgendwann möchte ich mich hier etablieren und auch ein fester Bestandteil der Mannschaft sein. Egerstein. Das war ein langer Weg bis hierhin und der ist noch längst nicht vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.